Meine Damen und Herren, der Führer! Arme! Wir können den Gruppenführer Feglein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Feglein nicht finden. Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Feglein sehen! Zerwart! No! Vorles, ich bin hier Feglein! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verlaut! Bringen Sie mir Feglein! 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 Jetzt kommt die Feglein!